Zockarmade Ja Leute, damit herzlich willkommen Junge, 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 bist du laut Ja, der hat laut Alles gehören wirklich geblasen, so wie ich das gehört So, dann machen wir nochmal Wir sind hier auf fetter Monsterjagd Wir wollen hier nämlich hart angegriffen Aber ganz hart So, warte mal Der muss doch noch irgendwo sein Achso, Antibiotikum Also ich bin ja hier vergiftet, also hier Verstrahlt, keine Ahnung Das ist wohl nur für Ausdauer, hat den Krieg aufgeklärt Weil ich letzt mal Angst hatte, dass ich hier Kommt hier denn her, Alter Ja, also Der Tooltip sagt ja Bei der Scheiße Ach, da unten Ich habe mich gewundert Sie haben sich hier unter die Burg gebuddelt Was? Hier an der Seite Und nochmal reingucken Wo seid denn hier? Ja, hier ist ein Tunnel drin, Alter Aber nützt alles nichts Ich muss dann kurz zurück Und mich healen Ich habe das auch mal gesehen, dass da irgendwo gebuddelt wurde Weil ich wieder Superschlau Mit einem Heilpack losgerannt bin Und da muss ich ganz schnell nach Hause Und mich heilen So, so, so Komm, komm, komm Ha, hoch, hoch, hoch Mein, äh Dings geht zu Ende Und ich muss jetzt irgendwie ganz schnell da unten reinkommen Ich habe keinen Bock zu verrecken Wegen so'n Kack Da hat mir grad so'n Polizist mal ein Muni-Bike geschossen, Alter Ich brech ins Essen Alter, hat er das umgeräumt? Wo ist das? Oh Sehr gut So, gleich wieder fünf einpacken hier Und ab dafür So So Gehen wir mal schnell raus Bevor wir hier weiter bauen Ja Und bringen ein paar Leute um Hehehe Achso, Gig, der ist übrigens, äh Unterwegs Der ist auch hier am Start Habt ihr ja schon gehört Du bist irgendwo im Osten, richtig? Ich bin im goldenen Osten Ähm Weil Tag der Deutschen Einheit war Hat er gesagt Wir gehen mal in Gehen Osten Genau Genau Dann muss ich nochmal gucken Wie und wo ich da reinkomme Weil da unten drunter sind nämlich irgendwo Ich hör sie nur kaputt kloppen alles Schaufel So, jetzt sei da dran, ihr Flixer Ja ehrlich, die sind hier unten Oder die haben mich auf übelst gebuddelt Von der Tunnel Dann buddeln mal zu, oder die Bruder? Alter Alter Wo sind denn die? Irgendwo sind die hier draußen Da hätte ich voll ne Fresse Hört das ihr? Hört das ihr? Hört das ihr? Ich hör sie, aber wo? Und ich muss euch mal eins sagen Die Shotgun ist der Ober-Börner-Knaller-Alter Und ich schieße nur mit normaler Munition Ohne Witz Also Shotgun-Munition niemals wegwerfen Lieber irgendwo Falte packen Ist richtig, 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 richtig gut Nein 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 Okay, komm ich nicht rein Wo seid ihr? Das gibt's doch gar nicht Guck mal, da wo du gebuddelt hast, da ist ein riesiger Tunnel Kannst du dich erinnern? Wo du den links gebaut hast Äh, die sind diesen Bunker Ja Erinnerst du dich? Ja Ähm, da von außen mal gucken Ähm, da haben die einen richtigen fetten Tunnel reingebuddelt Aber Das hier auf der anderen Seite ist das Da höchst du das Dann vielleicht da unten Vielleicht da unten, wo noch nicht repariert wurde irgendwo Kann sein Ist ja cool, so ein riesen Geländer Aber irgendwo Ich versteh's nicht, hier waren die? Hier höchst du auch, aber Okay, das ist ein bisschen doll laut, ne? Mal hier wieder auf 25 Ach geht So, jetzt höchst du nicht mehr Haben sie abgelassen? Doch, jetzt höchst du wieder Wo? Wo? Hä? Wo sind sie oben drüber? Hä? Hallo Leute, wo seid ihr denn? Machen wir das so? Mal kaputt hier Scheiße Asse? Nö Mach die Fleischklop- äh, klöpste jetzt mal kaputt hier Muss ja auch gemacht werden, nicht? Geht ja nicht hier, haben wir Fleischparty Noch mehr Fleisch Noch mehr Fleisch, mal eine Fässer Hier auch Nö So, ich hör's jetzt auch nicht mehr, also ignoriere ich das jetzt einfach Das ist auch mutig da mit unserer Beine Das ist auch mutig da mit unserer Beine Dann nö Ich hör's doch einfach So Jetzt wird noch kurz repariert hier, Leute Wir müssen auch ein bisschen reparieren So, dann müssen wir mal Wenn ich da oben jetzt fertig bin, dann geh ich erstmal die Mauern ab Und werde hier die Löcher stopfen Gegebenenfalls Also ich hör die nicht mehr, ich weiß nicht wo die sind I don't know, Alter Oh, schnell den L-Gun raus hier, dann ist das schnell gemacht Das ist doch gar kein Problem Was hab ich denn dabei? Hab ich hier überhaupt so'n Ding dabei? Nö Merkwürdig, hä? Auch Da ist nix kaputt, warte mal Da unten ist auch einer Da schnappe ich mal auf Hihihi Hihihi Komm her! Hahahaha Nix von Wert Also hoch So Leute, können wir uns jetzt noch ein Eingliefprojekt Hier das kommt ein bisschen das Motorrad ist in Ordnung Ja, weiß ich auch nicht, komm mal ane alter da kann da auch mal das motorrad eine ahnung warum gespielt keine ahnung so es war jetzt mal ich habe ein paar vier fortschritts noch gemeldet noch mal hinstellen was war so wie mal daumen wir hier macht so und dann kommen wir ja noch mal die mal da oben das aber nicht ganz original also macht man das auch erledigt ja guckt euch das an ihr schick und das gehen wir hoch das war ja die mauer gemacht so warte mal wollte ich eigentlich jetzt erst mal das dem boden hier fertig machen weil da war es eigentlich mit angekommen da müssen wir uns nicht anmelden wie wo wann was machen regel ich mal jetzt die tage mal verdammt da bin ich harter angler extrem angeln am teich anarkonders alter aber da müssen wir ja nur eine hose fassen dann läuft das auch das lagerhaus an sich gefällt mir schon sehr gut wie gefällt euch das ja jeder so zuguckt da draußen die leute auf dem internet aus den internets internets schon wieder hunger übrigens ein kleiner tipp wer öl und so braucht verbrauchsmaterial der sollte man öfters die er sollte man öfters die mölle einmal kontrollieren trashcans moment wo ich wo alle gehen sich wieder voll ab was los hier irgendwo die kloppen hier kaputt alle rumpeln hier richtig was weg nur wo die frage so ich habe ein knifft in der hand also läuft hier da unten schon wieder hunde da pisst ihr euch hier ihr scheiß drecksviecher kommt alle her ja uuhh da ist das aber grüne her ja kannst du ruhig noch ein bisschen locker schreien damit alle taub wären ja das ist kann ich machen ich wieder blute hier und du verrecke soll ich ein paar milchepäcks noch mitbringen nimm mit was mitbringen kannst hier werden wir schon wieder übelst hart an den griffen so hart alter wie die hier abräumen sind die auch wieder stärker geworden kann das rein hast du da irgendwas umgestellt hat er ne wieder hin oh alter der hüpft hier rum ich blute hier in einer natur super das ist von weitem oh alter so viele hunde ja die haben halt ne hoher jackspeed ne die verpissen die hunde ne alter hier sieht die mun aus ich spreche ins essen ahaha so ist er tot hofft er doch drecks töhle da wir haben ihn noch erwischt hat kleiner kackwixer kraft ausdrücke hier weiter ich sag's ja geht nicht anders da ist reiner als dem tümmel die heben hier alles aus alter ja dann clear das doch mal alter bleib mir noch hier drei drei ne voller bei ne oh alter ich bin schon wieder ist nicht wahr ja midi packs ist ja das letzte was wir drauf wo 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 ich höre sie schon wieder hier ohne ende aber keine ahnung wo ist da oben könnten sie sein wollen wir hier reingucken hallo wo seid ihr mal den nailgun nailgun mit dem regen alter ach da und noch hallo hallo willst du auch mal welche verpasst kriegen so jetzt heiße weg ich höre nichts mehr Leute ich höre nichts mehr sehr gut sehr gut die gehen auch mal da rein wo äh nichts mehr ist wo sie so rumlaufen können die blöden penner ja jetzt ist das riechen ne ja so holen wir noch mal ein midi pack im kopf noch mal ein bisschen honig genommen vitamine auffüllen so boah ey da kann man nur fluchen kann man da nur so wo ist man shoppen oh da ist ein schwein das werde ich mal abschießen ich habe auch irgendwo einen bären gehört ok und 3 so können wir hier weiter machen Leute la 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 so der Klickenloot möchte gerne zu Gamescon nächstes Jahr nicht zu Gamescon sondern Comiccon so nächstes Jahr oder dieses Jahr noch? ne dieses Jahr war es ja wohl schon ne ok also ich sag's mal so ne ganz hab den neig wäre ich auch nicht weil ich ja auch ein kleiner Fan bin ja und dann man könnte ihn ja begleiten denke ich auch oder? ja ja das haben wir schon mal dann machen wir noch bis da rüber da unten da müssen wir auch noch was überlegen dass man noch nicht einfach rein spazieren kann in unserem Lager so nächstes Jahr nächstes Jahr nächstes Jahr nächstes Jahr nächstes Jahr schönes Ding hier naja raus so Abfahrt so jetzt machen wir erstmal alles vollenagelt hier dann machen wir erstmal die ersten paar rein schon mal fertig dann geht das ab juhuuu oh Mensch das wird durch Schmuck Leute wird durch Schmuck ich bin nun gleich wieder voll voll auf Räuber-Tour wieder finde ich gut aber voll ja ich mach das jetzt ja clever ich fahre nur noch die Tool Shops ab die Shotgun Stores ja ist auch kippig und so dass das in den sieben Tagen wieder respawnt und eigentlich müsste man wirklich in den sieben Tagen es ist halt schade das ist halt Eifer ne ne ja dass das irgendwann broken geht also das wird da ja alles gelöscht aufgrund dessen dass die äh Veränderungen so stark eingreifend im Spiel sind dass du nicht mehr ähm dass diese alten Sachen nicht mehr kompatibel mit den neuen Sachen sind mhm alle mal schnell runter doch ihr seht hier aber noch ganz viel irgendwo hier unten ich wollte den schon mal ein bisschen sortiert aber nicht von mir der Seven war so frei und hat mal Sachen hochgebracht vielen Dank übrigens so mit O und ohne H wer so sagt ist noch nicht fertig ne wer so sagt ist noch nicht fertig ja guck äh wir müssen in Sinister gucken also im kino sind es da heißt das sind es aber es ist in der zweiten ich habe einen sinister 1 nicht mehr ändern einfach mal reinballern also ich sage ja ich bin ja nicht so der horror fan also gerne ich gucke so gerne screen screen oder so von früher die letzten jahren ich bin noch nicht so dass es hoffen bei mir muss das so ein bisschen keine ahnung und mich muss das schon tatschen wollen ja also ich mache das also ich gucke gerne mal hin und wieder meinen horror aber es ist nicht so das genre was ich bevorzuge für jeden abend aber wenn man dabei schlecht also ich habe so wissen geguckt und und was ja was ihr was dazu sagen das schließt jetzt die die zombie also für mich ist ein film ist nicht der europa das ist keine ahnung das hat sich in meinen augen auch in den letzten jahren stark stark fernab jetzt sagen wir mal wirklich was ist an zombie mittlerweile horror ist auch nicht mehr oder nein ist gar nicht mehr ich kenne ich was mir spontan noch einfällt von früher gesagt wird für den branden aber hey oder oder welcher film war denn das große in der wüste in den trailer geendet also der film endet im trailer in der wüste wie hieß denn der horrorfilm mal da was ganz bekannte horrorfilm der kämpfen sie zum schluss zur zweiten frauen mann in seinem trailer mitten in der wüste ja typisch amerikanische wüste nach ich weiß es nicht mehr naja soll auch gut gewesen sein jetzt nicht dann würde ich sagen sie muss der nächste folge wieder leute ich sag's dir ist ende das geht wahrscheinlich geht kann da geht gar nicht liebsten zwei stunden folgen machen aber guckt sich keine sau an deswegen teilen wir das naja ja so viel dafür ist einschalten als nächstes mal wenn man wohl jetzt mal die mauer hochziehen das was hier ein bisschen gestalt er nimmt da kommt man noch mal unten was man auch so machen können und wegen eingangs geschichten da und joa und geek und ich werde uns noch ein bisschen über horrorfilm unterhalten würde ich sagen dann auf jeden fall aber alter ok dann nimm mir ein schluck aus morner tosse und verabschiede mich